Heute wird mies recherchiert. Heute wird nur mies recherchiert, Leute. Heute werden wir auf jeden Fall die Recherche vorantreiben. Habt ihr Bock? Ich bin gespannt, was in diesem Video gesagt wird. Ist wieder von demselben Herrn, der macht interessante Videos. Let's go. Guck mal. Für die Leute, die eingesperrt sind im Kopf, sieht das komisch aus, aber die Thymusdrüse befindet sich hier und du hast die nun mal in deinem Körper, ob du willst oder nicht. Und du kannst dich stimulieren und indem du sowas machst wie, vibriert es hier drin und durch diese Vibration erzeugst du eine Stimulierung. Und das ist ein Fact. Den habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist geil. Mach das mal 30 Sekunden. Ich habe gesehen, Apache, unser indianischer Krieger. Apache, der Sänger, der, der seinem Tanzbein schwimmt. Ich habe gesehen, ich glaube, Likey hat mir das geschickt. Der hat kurz vor seinem Auftritt, hat er so gemacht. Ich glaube, da ist einer von uns. Der traut sich noch nicht, die Maske fallen zu lassen. Unsere geistige und körperliche Gesundheit könnte von einer kleinen Drüse im Gehirn abhängen. Die Zirbeldrüse ist Gegenstand vieler Mythen und Legenden. Sie soll verjüngend und bewusstseinserweiternd wirken. Doch sie steht mit unserem modernen Lifestyle stark unter Beschuss. Vor sechs Jahren habe ich mein erstes Video über das dritte Auge veröffentlicht, welches eine große Aufmerksamkeit bekam und langsam aber sicher die Neuentwicklung des Kanals geprägt hat. Viele Zuschauer sind damals abgesprungen, weil sie entweder noch nicht bereit für solche Themen waren oder lieber im Mystery-Bereich bleiben wollten. Trotzdem bleibe ich weiterhin auf diesem Weg und möchte damit einen verdienten Nachfolger zu diesem Video veröffentlichen. Während es auch in anderen Videos schon um das dritte Auge, genauer gesagt das physische Pendant die Zirbeldrüse ging, wollen wir uns heute anschauen, wie genau wir hierüber... 17,5 mm. Ich habe mal oft gehört, gelesen, dass die Zirbeldrüse vor langer Zeit mal wirklich viel größer war. Also wesentlich größer und mit dem Lifestyle und mit dem ganzen Zeug, was wir so zu uns nehmen, ist die Zirbeldrüse im Laufe der Evolution geschrumpft auf die Größe einer Bohne oder so. El Doktorin, danke mein Bruder. ...kontrolliert werden. Ein ideales Einstiegsthema, um selbst zu mehr Bewusstheit und Freiheit zu kommen. Aber seht selbst. Während die Zirbeldrüse auch für die Produktion des körpereigenen DMTs verantwortlich ist, werden natürlich viele mythische Effekte aufgestellt, wie beispielsweise die Modulation der eigenen Wahrnehmung und das Erkennen der Wahrheit. Wenn wir uns jedoch die Zirbeldrüse einmal nüchtern anschauen, dann ist das eine kleine Drüse im Zentrum des Gehirns, die auch Epiphyse oder Pineal Gland genannt wird. Epiphyse. Also, wenn ihr mit dem medizinischen Fachbegriff um die Ecke schnallen wollt, wie ein Klugscheißer a la, ich wollte den Namen jetzt gerade sagen, aber keine Franz, dann benutzt ihr einfach das Wort Epiphyse. Ja, sag mal, du hast aber eine ziemlich kleine Epiphyse. Es gibt sogar die Hypophyse. Es gibt ein paar Drüsen im Gehirn, interessant. Sie steuert unter anderem unsere Chronobiologie, reguliert daher den Schlaf und zum Teil auch den physischen und psychischen Alterungsprozess. Schauen wir uns einmal die unterschiedlichen Wirkungsweisen im Detail an. Der Wachschlafrhythmus wird durch die Zirbeldrüse gesteuert, die wiederum das im Gehirn gebildete Serotonin in der Nacht zu Melatonin umwandelt. Beide sind Neurotransmitter, die als Botenstoffe und als Verbindungsstelle der Nervenzellen des Körpers dienen. Serotonin ist das bekannte Glückshormon, welches entspannt und die Stimmung aufbessert und Melatonin steuert den Wachschlafrhythmus. In neuesten Studien werden die Möglichkeiten des Melatonins weiter bekannt gemacht, so zum Beispiel die stark entgiftende Wirkung auf das Gehirn oder auch als Anti-Aging-Mittel. Wie genau die geringere Aktivität der Zirbeltrüse mit unserem heutigen Lifestyle zusammenhängt, schauen wir uns in Kürze an. Das in der Nacht und in der Dunkelheit ausgestoßene Melatonin hat ein stark antioxidatives Potenzial und kann Zellschäden reparieren. Das war mir bisher nicht bewusst, müsste man mal der Sache auf den Grund gehen, ob das wirklich so ist. Deswegen, ja doch, das macht Sinn, deswegen ist Schlaf auch wichtig für, ja, man sagt ja der Schönheitsschlaf. Wer immer gut schläft, der bleibt lange jung, ne? Vielleicht deswegen hat das einen Zusammenhang. Melatonin wirkt auch schützend und kann insbesondere Schwermetalle wie Aluminium aus dem Gehirn entgiften. Okay, also Melatonin ist ja ein richtiger Krieger hier. Es überquert die Blut-Hirn-Schranke und schützt außerdem vor elektromagnetischen Strahlungen. Mit Abnahme des Melatonin-Spiegels, beispielsweise durch geringere Zirbeltrüsenaktivität, scheint sich auch der Alp-System vor elektromagnetischen Strahlungen. Und die Anfälligkeit für Krankheiten zu erhöhen. Was ist aber nun der Sinn dieses Videos? Durch unseren modernen Lifestyle schrumpft unsere Zirbeltrüse nachweislich. Man sagt ja, oft, oft, sehr oft kriegst du zu hören und kannst du auch selber lesen, dass zum Beispiel Fluorid der Zirbeltrüse extrem schadet. Also extrem, sie hemmt sie und verkalkt sie oder keine Ahnung was oder lässt sie sogar weiter schrumpfen. Und die Funktion deiner Zirbeltrüse, du hast nun mal eine Zirbeltrüse, ob du möchtest oder nicht. Egal an was du glaubst oder nicht glaubst, du hast diese Zirbeltrüse in deinem Gehirn. Die hast du einfach. Ob du das cool findest oder nicht cool findest, du hast sie. Und die ist in deinem Gehirn. Und die hat eine Funktion. Man kann jetzt nicht dazu sagen, das ist Humbug oder Quatsch. Das kannst du einfach nicht sagen. Und es gibt gewisse Nahrungsmittel. Ich weiß gar nicht mehr, ob man die Nahrungsmittel nennen sollte, sondern oder einfach nur Mittel. Die sorgen dafür, dass deine Zirbeltrüse die Funktion einschränkt. Komplett eingeschränkt. Und wenn die Funktion deiner Zirbeltrüse eingeschränkt ist, hat das nun mal enorme Ausmaße. Das kannst du dir selber ausmalen. Ab dem Punkt kannst du selber recherchieren. Von circa drei Zentimetern auf wenige Millimeter geschrumpft. Ob und inwiefern sich das auch auf die geistige Aktivität des modernen Menschen auswirkt, lässt sich nicht abschätzen. Doch wir verlieren die Fähigkeit, uns an die natürliche Chronobiologie anzuknüpfen. Weitere Einflussfaktoren, die außerhalb unserer eigenen Möglichkeiten stehen, erschweren die Situation. Sogar so schwer, dass man von einer willentlichen Manipulierung ausgehen könnte. Ja, also ich verstehe auch schon den Ansatz, warum man von einer willentlichen Manipulierung ausgeht. Also quasi, dass sie bewusst diese Mittel in die Nahrungsmittel strecken. Ich verstehe auch, wo der Gedanke herkommt. Ich will es jetzt nur, sage ich mal, grob anschneiden, weil wir haben schon sehr oft darüber geredet, Leute. Wir sind schon so ins Detail gegangen. Ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Menschen, ob man die Menschen nennen will oder nicht, schon ein Interesse daran haben, dass man quasi eingeschränkt ist, damit es keine Aufstände gibt oder Sonstiges. Kann ich mir schon vorstellen. Ist auf jeden Fall vorstellbar. Und es ist sehr auffällig, dass in gewissen Nahrungsmitteln, die man eigentlich so genießen kann, auf einmal Stoffe drin sind, die da eigentlich nichts drin zu suchen haben. Warum ist Fluorid im Wasser? Aber wir wissen ja, es gibt ja auch Fluorid aus natürlichem Ursprung und es gibt Fluorid, was von der Industrie herkommt. Genauso wie Zucker, Industriezucker, ist, glaube ich, in den Top 5 der krebserregendsten Lebensmittel auf Platz, ich glaube, 3. Milch ist übrigens auch mit drin, rotes Fleisch, Wurst. Das kommt von der WHO. Die Leute, die die Pandemie ausgerufen haben. Also, die WHO stuft diese Lebensmittel als die krebserregendsten Lebensmittel ein, die es gibt. Da drunter ist nicht mal, ähm, Alter, Milch. Milch, einfach Milch. Hättest du das gedacht? Während das Fluorid in Zahnpasta zu einer Verkalkung der Zähne... Was sagst du, wie putzt du dir die Zähne? Bruder, mit Scheiße. Was denkst du denn, wie ich mir meine Zähne putze? Mit Klobürste. Wie der ein oder andere TikToker. Ich nehme eine Haufe in Scheiße, kacke mir in die Hand und dann schmiehe ich mir das im Mund. Während das Fluorid in Zahnpasta zu einer Verkalkung der Zirbeldrüse führt, gibt es weitere Einflüsse, die wir uns unbedingt bewusst machen sollten. Zum negativen Effekt des Fluorids kannst du mein damaliges Video über DMT anschauen. Der schädlichste Einfluss... Ein Spaß mit Iona, Bruder. Wenn du eine alternative Zahncreme suchst, dann Iona. So wie die Leute das schon in den Chat schreiben. Google das einfach, Bruder. Bitte. Beeil mir das weg. Bitte. Lass uns auf einem Level bleiben. Lass alle auf einem Level bleiben. Let's go. Jetzt kannst du mein damaliges Video über DMT anschauen. Der schädlichste Einfluss für deine Zirbeldrüse ist aktuell die elektromagnetische Belastung der E-Smog. Glücklicherweise treffen sich hier die Erkenntnisse mit der Wissenschaft. Zahlreiche Studien belegen die schädliche Wirkung auf Körper und Geist. Elektrosmog ist zum ständigen Begleiter des modernen Menschen geworden, wobei sowohl die niederfrequente als auch die hochfrequente Strahlung zu Schäden führt. Das kann zum Beispiel die Mikrowelle sein oder auch Bluetooth, Mobilfunk, WLAN, DECT, Militärradar, 5G und vieles mehr. Selbst die WHO, der ich normalerweise dank ihrer Lobbyarbeit keine Erwähnung schenken würde, spricht seit 2011 von elektromagnetischen Feldern als möglicherweise karzinogen, also krebserzeugend. Die Aussichten dank 5G und der Verfügbarkeit sind nicht gerade rosig. Das Problem scheint zum Dilemma unserer Zeit zu werden. So plant Elon Musk unter anderem 42.000 Satelliten in den Himmel zu schießen, die für permanente Erreichbarkeit sorgen sollen. Starlink ist mittlerweile in der Beta-Version nutzbar und bietet hierbei großflächig Empfang. Die geliebten Technik-YouTuber stürzen sich bereits auf die Technologie, ungeahnt der gesundheitsschädlichen Auswirkungen davon. Selbst am Ende... Ja, guck mal, das Ding ist, man muss auch mal beobachten, oftmals sind es die Leute, die, sage ich mal so, ein ignorantes Verhalten an den Tag legen, denen ja das Wohlergehen der anderen Menschen eigentlich scheißegal ist, wenn die zum Beispiel solche großen Erfindungen an den Tag bringen und so, das sind meist die Leute, die keine Kinder haben, die keine Kinder haben wollen. Das heißt, die sind voll darauf konzentriert, ihr eigenes Leben ans Maximum zu bringen und denen ist jedes Mittel recht. Ihr müsst mal darauf achten. Achtet mal auf die Muster. Menschen, die sehr viel zu sagen haben, mächtig sind, Geld haben, neue Erfindungen an den Start bringen, sind meistens die Leute, die keine Kinder haben. Es ist ein Riesenunterschied. Du hast ein völlig anderes Bewusstsein zu der Welt, zu der Zukunft und zum Leben an sich, wenn du Kinder hast. Weil wenn du keine Kinder hast, kannst du immer ein F*** geben, auf alles und jeden. Versteht ihr? Es ist jetzt nicht auf Elon Musk bezogen. Ich meine jetzt zum Beispiel auf den YouTuber, die gar nicht drüber nachdenken und so oder auf gewisse andere Themen. Das sind meistens, ich sage ja nicht immer, ich sage, meistens sind es immer die, die selber keine Kinder haben. Denen ist dann wirklich die Zukunft der Welt und die Zukunft der anderen Menschen völlig egal und das sind gefährliche Leute, die haben doch nichts zu verlieren. Wenn du Kinder hast, hast du was zu verlieren. Wenn du keine Kinder hast, kannst du immer ein F*** geben. Ist so. Azon wittert hier jetzt Geschäft und arbeitet an ihrem eigenen Projekt CUPA. 3200 Satelliten werden hier für alle Zeit erreichbares Breitband-Internet zur Verfügung gestellt. Experten gehen davon aus, dass die Satelliten und der permanente Datentransfer sogar das Erdmagnetfeld, die sogenannte Schumann-Frequenz, schädigen könnte. Dieses Erdmagnetfeld ist übrigens für das Überleben essentiell und steuert vielerlei körperliche Prozesse, unter anderem schaltet es sich synchron mit dem Hippocampus des Gehirns. Womit wir wieder bei der Zirbeldrüse wären. In einer Studie von Tayabar Mia und Deepak Karmath wurde 2017 aufgezeigt, dass Elektrosmog DNA-Strangbrüche hervorruft, was wiederum die Entwicklung von Krebszellen erhöhen kann. Also, ich weiß ja nicht wer unter euch, aber Leute bitte tut euch selbst einen Gefallen, nehmt niemals euer Handy und legt es unter das Kopfkissen, wenn ihr schlaft, mit WLAN noch an, bitte. So hirnrissig, im wahrsten Sinne des Wortes, so hirnrissig kann einfach kein Mensch sein. Und doch höre ich das sehr oft, dass Menschen sich ihr Handy unter ein Kopfkissen legen, weil sie einfach nicht die leiseste Spur einer Ahnung haben, was diese Frequenzen machen können in deinem Gehirn. Das ist der Wahnsinn, Leute. Bitte, 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 bitte. Wenn euch euer Gehirn, euer Mindset, euer weiß was ich, euer Leben, eure klare Sicht, die ihr habt, wenn das euch wichtig ist, niemals euer Scheiß-Handy neben eurem Kopf, wenn ihr schlaft. Nicht mal im selben Raum. Macht es auf Flugmodus und werft es bitte einfach in die Ecke. Wenn ihr euch selber liebt und wenn ihr wirklich gesund durchs Leben gehen wollt, es hat auf jeden Fall Auswirkungen. Vielleicht nicht sofort wie ein Stich in deine Hand, dass du den Schmerz spürst, aber auf lange Zeit gesehen passieren da Dinge. Nicht umsonst erhöhen sich die Alzheimer-Erkrankten hier. Nicht umsonst gehen die Zahlen hoch oder die Krebskranken, die Zahlen explodieren. Weißt du was ich meine? Das hat ja einen Grund. Und wenn ihr telefoniert, haltet es bitte so selten wie möglich an eurem Kopf. Macht auf Lautsprecher oder keine Ahnung. Haltet es bitte nicht so oft an eurem Kopf. Keine Ahnung, wie sag ich das hier? Let's go. Danke, danke, danke. Auch der Whistleblower Barry Trower äußerte sich dazu. Er war ein ehemaliger MI6-Agent für Hochfrequenzforschung, arbeitete zunächst als Dozent bei der Nationalen Hochsicherheitseinheit und widmete sich der Aufgabe des Sammelns von Informationen zu Mikrowaffen. Er berichtete von der 5G-Technik, die laut seiner Aussage ca. 15.000 Mal stärker als 4G sein sollte. Sie käme daher einer Waffenfrequenz gleich, die neurologische und physiologische Prozesse des Körpers beschädigt. Das Magazin Raum und Zeit führte ein Interview mit ihm, in dem er folgendes berichtet. Zitat Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte 1973 eine Konferenz in Polen, in welcher sie auf etwa 350 Seiten die Gefahren der Niedrigfrequenz Mikrowellen auflisteten. Parallel dazu kamen die Forschungsresultate der amerikanischen Waffenindustrie heraus und wurden von der WHO mit einem großen roten Top Secret abgestempelt, damit sie bloß nicht an die Öffentlichkeit gelangen würden. Daraufhin gab die amerikanische Regierung 1976 ein Dokument heraus, ich habe eine Kopie, welches besagte, dass die westlichen Regierungen ein Sicherheitsniveau setzen sollten, das weder von der Öffentlichkeit noch von Professoren oder Doktoren angefochten werden könne. Sie müssten ein Sicherheitsniveau ansetzen, welches unanfechtbar sei und vor Gericht standhalten würde. Und dass alle Dokumente bezüglich Gesundheitsrisiken durch Mikrowellen streng geheim gehalten werden müssen. Zitat Ende Bei dauerhaften Belastungen durch Elektrosmog kommt es zu typischen Symptomen wie der Störung der Melatoninproduktion in der Zirbeltrüse, was eine ganze Kaskade an negativen Folgen mit sich bringt. So zum Beispiel die fehlerhafte Steuerung der Hormone und Enzymketten, natürlich auch eine verminderte Produktion von Melatonin und DMT. Die elektromagnetischen Felder scheinen auch die körpereigenen Mikrobiome zu reizen und zu einer Infektanfälligkeit zu führen. Wenn die in uns lebenden Mikroorganismen einer Gefahr ausgesetzt sind, beenden sie ihre symbiotische Verhaltensweise und werden aggressiv oder defensiv. Oder fangen sogar an gegen den Körper zu arbeiten. Die sogenannten Autoimmunkrankheiten, die ja zunehmen von Jahr zu Jahr. Also ihr könnt euch die Zahlen ja selber mal angucken. Guckt euch mal die Krankheiten an, die euch Angst machen. Sowas wie Krebs oder so, Alzheimer und so. Guckt euch mal die Zahlen an. Vergleicht sie mal von Jahr zu Jahr. Ihr kriegt einen Schock. Da unser Immunsystem mit dieser Gefahr arbeitet... Woher kommt das denn? Es muss ja einen Grund haben. Dort, wo Rauch war, muss es immer ein Feuer gegeben haben. Es muss ja einen Grund haben, warum die Zahlen nach oben schießen. So, und da sollte man sich fragen, warum? Was ist denn so anders gelaufen in den letzten Jahren? Tja, die Digitalisierung nimmt zu. Die Strahlungen der Handys und der Endgeräte werden immer höher. Das hat ja alles einen Grund. ...arbeiten muss, unter- oder überreagiert ist und Autoimmunerkrankungen können entstehen. Eine Studie aus 2014 von Paolo Boscolo, Raffaele Louvene und Gabriele Paidini kam zu dem Entschluss, dass elektromagnetische Felder zu einem erhöhten Risiko von Autoimmunerkrankungen führen. Weitere Studien offenbaren, dass auch die Vitamin-D-Rezeptoren blockiert sind, 5G zu einer Perforation des Darmes führt, Herz-Kreislauf-Probleme entstehen und die Psyche negativ beeinträchtigt wird. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einmal. Wir schalten alle unser Handy jetzt auf Flugmodus. Bam. Alle auf Flugmodus. Komm, wenigstens wenn wir hier am Start sind, alle auf Flugmodus. Macht alle. Vor allem Kinder sind von diesen elektromagnetischen Strahlen betroffen, da die Knochendichte nicht ausreicht, um diese abzuschirmen. Bei Benutzung des Handys direkt am Gehirn drohen schwere neurologische Folgen. Leute, wir bilden uns einfach selber. Wir machen unsere eigene Bildung. Diese Grafik visualisiert es. Neben dem Handy, das wir direkt in der Hand oder am Kopf nutzen, ist die permanent sendende WLAN-Station gesundheitsschädlich. Aber auch die modernen Autos kommen einem pharadaischen Käfig gleich, in dem die Strahlen aufgrund der Karosserie immer wieder hin und her reflektiert werden. Gerade Elektrowägen wie Tesla erzielen Höchstwerte in der Strahlenbelastung und können niemandem empfohlen werden. Damit ist Elon Musk sowohl mit Starlink als auch mit Tesla Vorreiter in der Schädigung Millionen von Menschen durch Elektrosmog. Wir haben nun also die Verbindung zwischen der Epiphyse und der elektromagnetischen Strahlung klar hervorgehoben. Die Gezirbeltrüse produziert mehr... Der Witz war gut, ne? Schaltet alle auf Flugmodus. Wie wollt ihr sonst einen Stream gucken? Ihr haltet es auf jeden Fall nicht am Kopf. Es gibt auch so eine Reichweite. Ich glaube 30 cm oder so. Ab 30 cm ist die Handystrahlung ganz, ganz schlimm. Also je näher du kommst. Und wenn du ungefähr 30 cm weit weg bist, ist die irgendwie minimal. Also wirklich minimal dann schlimm. Aber wenn du die am Kopf hast, am Ohr hast, darauf schläfst, ist Katastrophe, Leute. Melatonin. Esmog vermindert die Aktivität und damit den Melatonin-Spiegel. Natürlich spielen hier auch weitere Faktoren eine Rolle, wie Toxine, Aluminium, Amalgam, Blei, Barium und Strontium. Diese Schwermetalle gehen eine symbiotische Wirkung mit dem Elektrosmog ein. Es gibt weiterhin die große Belastung durch Blaulicht, wie sie von Handys, TVs oder anderen Bildschirmen imitiert wird. Das vielleicht wichtigste Steuerorgan des Körpers, die Zirbeltrüse, wird also permanent attackiert und es ist unsere Aufgabe, für geistiges und körperliches Wohl dies zu verhindern. Die ersten Maßnahmen sind klar. Wir müssen konsequenterweise die WLAN-Strahlung im eigenen Haus reduzieren und kein DECT-Telefon benutzen. Falls möglich, also mit LAN-Kabeln arbeiten. Weiterhin ist der Mobilfunk schädlich und das Handy sollte so oft wie möglich im Flugmodus sein. Falls keine Bluetooth-Geräte genutzt werden, sollte die Funktionalität ausgeschaltet sein. Nachts muss das WLAN aus sein. Zusätzlich ist es möglich, gewisse Regenerationsbereiche, wie beispielsweise... Ihr müsst... Wisst ihr, was wir eigentlich machen müssen? Wir müssen alle mit unseren Nachbarn reden in der Umgebung und so eine Vereinigung machen. Wir müssen so einen Vertrag aufsetzen, wo wir sagen, ey, ab so und so viel Uhr alle WLAN aus, wenn ihr es nicht braucht. Also wer nicht damit arbeitet, bitte macht euer WLAN aus für unsere Kinder. Den Kindern zuliebe, macht bitte das WLAN aus. Und alle so, ja, ja. Ey, wer das schafft mit seinen Nachbarn, ist der M***. Ich schauf alles. Wie geil fühlst du dich denn, ha? Sagen wir ehrlich, wenn du schaffst, deine Nachbarn zu überreden, dass sie alle hier WLAN ausmachen, dann kannst du ja einkreisen oder einschränken, welchen Nachbarn du ansprichst. Oh Gott, Hochhäuser sind ganz gefährlich, ne? Oh mein Gott. Aber zu der Zeit, wo ich in einem Hochhaus gelebt habe damals, da war zum Glück, war WLAN und so noch überhaupt nicht am Start, Alter. Da hatten nur die wenigsten Internet. Ja, von WLAN war nicht mal die Rede. Boah, hab ich nochmal Glück gehabt. An alle, die jetzt noch in Blocks leben, ich fühle euch, es tut mir so leid. Aber ihr seid eine wandelnde Antenne, Alter. Ich habe mies recherchiert. Scheiße, Mann, ihr müsst mit euren Nachbarn reden. Ihr kennt das ja, wenn ihr den Aufzug benutzt, dann seht ihr immer eure Nachbarn, die steigen mal ein. Hallo, wie geht's? Sag immer, ey, sag mal, findest du es nicht cool, wenn wir ab 12 Uhr alle unser WLAN ausmachen? Du musst so ein Schild unten an die Tür hängen. Kennt ihr das? Oder am Aufzug kleben. Schützt unsere Kinder. Macht das WLAN aus. Ab 12 Uhr, wer macht mit? So einfach Filme und Aktionen bringen, Alter. Der Beste. ...weise den Schlafplatz mit Nanosilber abzuschirmen. Hierfür gibt es Baldarine und Vorhänge. Oder du, du machst irgendwann so eine, im Treppenhaus, wenn du in den Blocks wohnst, machst du so einen kleinen Behälter und da sind so vorgefertigte Alufoliehüte. Die kannst du so rausziehen und auffalten. Dann hast du so einen Aluhut und kannst dir den dann aufsetzen. Dann sagst du, bitte, setz den auf, wenn du Fehler machen kannst. Die Strahlenschutzkleidung ist empfehlenswert und schon seit einigen Jahren in China für schwangere Frauen verpflichtend. Krass. Habt ihr gehört? Strahlenschutzkleidung ist für schwangere Frauen in China verpflichtend. Also Aluhut ist out, Leute. Holt euch Strahlenschutzkleidung. A la Gucci und Louis Vuitton. Stellt euch vor, Louis Vuitton springt auf den Zug der Aluhutträger. Ich kipp von den Latschen, Alter. Stellt euch das mal vor, der neue Aluhuttrend. Und dann läuft so, wer ist nochmal hier der Dings, der immer so Fashion macht? Hier, dieser, wie heißt er nochmal? Ufo. Ufo 362 oder wie der heißt. Der, stellt euch vor, der läuft dann irgendwann mit einem letzten Schrei aus China oder aus Japan, aus Tokio. Und dann läuft der mit so Dings Strahlenschutzkleidung von Versace und so. Ich kacke ab. Ich komme auf mein Leben nicht weg. ...frauen verpflichtend. Auch die Umgebung sollte unbedingt analysiert werden. WLAN-Strahlen schaffen es problemlos, durch Wände zu diffundieren. Klar. Gerade in einer Wohnung mit umliegenden Nachbarn kann hier die Strahlenbelastung durch den Empfang von zahlreichen WLAN-Stationen enorm sein. Multiplikation. Ich selbst empfange mindestens 15 WLAN-Stationen hier in meinem Umfeld. Boah, wisst ihr, wie ihr den Test machen könnt, Chad? Wie könnt ihr testen, wie hoch ungefähr die Strahlung ist oder wie kritisch, indem ihr einfach euer WLAN-Signal einschaltet oder WLAN-Suchfunktion. Ich gehe jetzt mal auf meinem Handy. Ich bin gerade im Flugmodus. Ich mache jetzt WLAN an. Und dann kannst du gucken, wie viele WLAN-Kanäle sind in deiner Umgebung. Und dann weißt du, okay, ich werde von so vielen Seiten... Sucht mal, wie viele Router gibt es. Guck jetzt mal bei mir. Wo? Höh? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Netzwerk suchen. Such mal weiter. So, jetzt nochmal. Ich glaube das nicht. Wie viele Router gibt es in eurer Nähe? Geht mal auf die Suchfunktion. Je weniger, desto besser logischerweise. Je mehr, desto katastrophaler. Wie viele? 25. Du Armer. Du brauchst definitiv Alufolie auf den Kopf. Likey 12, Maya 7, Johnny 14, Peppy 28. Oh mein Gott, ihr Armen. Wisst ihr, wie viele bei mir sind? Oh, der ist gerade weggegangen sogar. Der ist gerade weggegangen, habt ihr gesehen? Ein einziger und das ist meiner. Einer ist hier noch irgendwo in der Nähe. Ja, ich bin hier auch ein bisschen abgelegen. Deswegen ist meine Zirbeldrüse, glaube ich, auf Hochtouren. Deswegen bin ich auch so motiviert bei solchen Themen immer. Scheiße. Um den geringen Melatonin-Haushalt wieder aufzubessern. Ich habe meinen sogar ausgemacht jetzt. Das heißt, ich habe hier gar keinen mehr sogar. Also gar keinen mehr. Das ist ein Flex. Also wenn du flexen willst, dann so. Zeigst du so, guck mal. Bei mir sind gar keine WLAN-Router. Ein normaler Mensch wird das nicht verstehen. Aber bei uns, zwischen uns ist das Flex. Ist es empfehlenswert, liposomales Melatonin zu supplementieren? Empfehlenswert. Er hat nicht gerade irgendeiner im Chat geschrieben, dass er sowas zu sich nimmt. Aber ich denke mir so, wenn du es dann absetzt, hat dein Körper Probleme, es selber herzustellen, oder? Spricht man von 2 Milligramm pro Tag. Wie damals bei dem Vitamin-D-Video macht es jedoch Sinn, mit höheren Dosen zu arbeiten. Okay. Ich habe gestern bei dem Sport nach Monaten, also wirklich nach Monaten, habe ich es gestern geschafft zum Sport zu gehen. Ich habe mir auch ein neues Bändchen geholt und bin dort dann unterwegs gewesen, Fahrrad fahren, Joggen, dies, das, ein bisschen Pumpen. Am Ende habe ich mit einem alten Kumpel, den ich lange nicht gesehen habe, Tischtennis gespielt, sehr, sehr intensiv. Der hat mir gerade noch geschrieben, sollen wir wieder Pumpen gehen? Ich habe mir nach dem Sport, habe ich mir tatsächlich 2 Vitamin D3 Dings gegeben. Tabletten. Ich glaube insgesamt 10.000 Einheiten zusammen. Also pro Tablette 5.000 oder 4.000. Ich glaube 8.000 oder 10.000 Einheiten sollte man am Tag nehmen für eine Zeit lang, um deinen Vitamin D3 Speicher zu erhöhen. Ja, ja. Ich glaube deswegen bin ich heute so aufgedreht. Kann sein. Was ist mit mir los, Alter? Gestern war ich eine richtige Schlaftablette. Heute bin ich auf jeden Fall King. Die Aging-Szene, aber auch in der Krebstherapie, sind Dosen von 50 bis 100 Milligramm pro Tag bekannt. Oh. Ich habe 5.000 genommen. Das Melatonin schützt das Gehirn. Ich habe einfach 5.000 oder mehr. Ich habe 2 Stück genommen. Deswegen bin ich heute so, he? Von den elektromagnetischen Strahlungen und wirkt zudem entgegen. Scheiße man, was ist hier passiert? Die Einnahme von Melatonin sollte jedoch mit einem Bindemittel durchgeführt werden, um die Ausschwemmung von Toxinen zu erleichtern. Der Fokus liegt also einerseits auf der Vermeidung von E-Smog-Belastungen und andererseits auf der Anbindung an die natürlichen Rhythmen. Frühes Schlafen, wenn es dunkel wird, das Vermeiden von Blaulicht und so weiter. Also das Vermeiden von Blaulicht kann man so oder so erzählen. Ich meine, in beiden Fällen stimme ich dem Bruder zu. Das kann helfen, die Zirbeltrüse in ihrer Aktivität zu verbessern. Durch erhöhtes Serotonin, erhöhtes Melatonin und erhöhtes DMT kommt es zu einer Entwicklung des Bewusstseins. Ey, ich habe gerade so einen Gedankengang gehabt, den will ich mit euch teilen. Jetzt gerade, in der Sekunde kam das wie ein Blitz in meinem Kopf. Stellt euch vor, du bist seit Jahren in einer Phase der Unterversorgung oder der, wie sagt man, des Mangels. Ich höre vor, du bist seit Jahren in der Phase des Mangels von Vitamin D3, von Vitamin B12, von allen Vitaminen, du bist platt. Aber du denkst die ganze Zeit, weil das irgendwann Standard ist, du kommst von der Arbeit und du denkst, du bist nur müde von der Arbeit. Dabei hast du die ganze Zeit so einen Mangel und irgendwann fängst du an, dir irgendwelche Supplements zu geben. Vitamin D3, Dinger, gibst du dir richtig volle Dosis, baust dich voll auf. Auf einmal bist du in deinem eigentlichen Zustand und du denkst dir so, oh mein Gott, was ist los mit mir? Du kriegst Angst vor deinem eigenen eigentlichen Zustand und du kommst darauf nicht mehr klar, weil du seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten permanent in einem Mangel gewesen bist und plötzlich nimmst du die richtigen Dinger zu dir und du fängst auf einmal an, wirklich der zu sein, der du eigentlich bist mit der Wucht und mit der Energie, die du eigentlich in dir hast. Genau das, was anscheinend von den großen Staaten nicht gewollt ist. Video war auf jeden Fall sehr gut und es hat uns auf jeden Fall geholfen, ein bisschen wieder mal uns daran zu erinnern, uns zu besinnen, dass man bewusst und noch bewusster sein kann. Das Leben ist nicht einfach nur schwarz oder weiß, wie sagt man so schön, es ist bunt. Die Frage ist nur, bist du bereit, den Pinsel in die Hand zu nehmen, um das Bild bunt zu malen?